In einer erstaunlichen Taxifahrt treffen eine 80-jährige Frau und eine schwangere Taxifahrerin aufeinander und entwickeln eine unerwartete Verbindung. Ihr Ziel führt sie zu einem alten Heim, aber was danach passiert, übersteigt die anfängliche überraschende Freundschaft. Als die ältere Dame diese Welt verlässt, enthüllt ihr Testament Geheimnisse, die alle erschüttern. Mach dich bereit für eine emotionale Wendung, die Erwartungen herausfordert und die verborgene Magie in den unerwarteten Geschichten des Lebens offenbart. An einem sonnigen Tag beschloss Frieda, eine 80-jährige Frau, ein Taxi zu einem besonderen Ziel zu nehmen, einem Altersheim. Das Auto kam an, und zu ihrer Überraschung war die Fahrerin eine strahlende junge Frau namens Lyanna. Die Schönheit und Freundlichkeit der Taxifahrerin standen im Kontrast zur scheinbaren Traurigkeit von Friedas Situation. Während der Fahrt, zwischen Lächeln und liebevollen Blicken, entwickelte sich ein emotionales Gespräch. Frieda, weit entfernt davon, Traurigkeit über den Umzug ins Altersheim zu zeigen, erklärte, dass sie die ständige Gesellschaft lieber habe als die Einsamkeit eines leeren Hauses. Sensibel für die Situation, erkannte sie, dass Lyanna trotz ihrer Freude die Last der Erschöpfung trug. Neugierig und einfühlsam erkundigte sich Frieda nach Lyannas Arbeitsweg. Die junge Frau, mit einem müden Lächeln, enthüllte, dass sie schwanger war und dass jede Fahrt einen Schritt näher daran war, ihrem Baby eine bessere Zukunft zu bieten. Bewundert von Lyannas Anstrengungen, drückte Frieda ihre Anerkennung aus. Frieda sagte, dass Lyanna ihr in ihrer Jugend sehr ähnlich sei, dass sie sich vorstellte, dass ihr Leben mit einem intensiven Arbeitsleben vollgepackt sein müsse. Lyanna ihrerseits bekundete ihren Entschluss, ihrer zukünftigen Tochter ein anderes Schicksal als ihr eigenes, von Herausforderungen geprägtes, zu bieten. Berührt von Lyannas Lebensgeschichte, bot Frieda mit einer einfachen Geste ein kleines Gebäck an, das sie bei sich trug. Lyanna, mit Dankbarkeit in den Augen, nahm es an und knüpfte damit eine Verbindung zwischen zwei Frauen unterschiedlicher Generationen, die einen kurzen, aber bedeutsamen Moment der Verbundenheit auf dieser Reise durch das Leben teilten. Als sie im Altersheim ankamen, verabschiedete sich Frau Frieda von Lyanna mit einem warmen Lächeln und aufrichtiger Freundlichkeit, mein Liebes, es hat mir sehr gefallen, dich kennenzulernen. Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Wenn du möchtest, komm mich besuchen, wenn du mal Zeit hast. Lyanna antwortete sofort, dass sie es tun würde, sobald sie eine freie Minute hätte. Während sie zurückfuhr, um eine weitere Fahrt anzutreten, konnte die junge Frau Frau Frieda nicht aus ihren Gedanken vertreiben. Diese Dame war unglaublich freundlich gewesen, etwas, das Lyanna schon lange nicht mehr erlebt hatte. Beobachtend über die Oberfläche hinaus, bemerkte Lyanna die erstaunliche Intelligenz und Klarheit von Frieda trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Die Neugier überwältigte sie, und sie begann sich vorzustellen, wer diese Frau sein könnte und wie sie in einem Pflegeheim gelandet war. Die Geschichte von Frau Frieda wurde zu einem faszinierenden Rätsel in Lyannas Verstand, etwas, das sie nicht ignorieren konnte, während sie die Straßen entlang ging und nach weiteren Passagieren suchte. Hinter dem Bild, das Lyanna auf diesem kurzen Weg für Frieda vermittelte, wo sie wie eine widerstandsfähige und fleißige junge Frau aussah, verbarg sich eine Frau, die von den Schlägen des Lebens verletzt war. Vor kurzem hatte sie eine schmerzhafte Beziehung beendet, weil ihr Verlobter sich weigerte, das Kind zu akzeptieren, das sie in ihrem Bauch trug. Trotz seiner zahlreichen Versuche, sie zur Abtreibung zu überreden, war Lyanna entschieden dagegen. Die Trennung war abrupt und chaotisch, da sie nicht nur eine Beziehung, sondern ein ganzes gemeinsames Leben teilten. Um sich wieder aufzurichten, fand Lyanna sich in einem Haus unter prekären Bedingungen wieder, wo sie die Herausforderungen des Alleinerziehens bewältigen musste. Um die Schwierigkeiten zu überwinden, verdoppelte sie ihre Arbeitszeit, auch wenn sie schwanger war. Die Fassade von Stärke und Widerstandsfähigkeit, die sie präsentierte, war in Wahrheit eine Antwort auf die dringende Notwendigkeit, aufrecht zu bleiben. Hinter ihrer Entschlossenheit lag der einfache Wunsch, geliebt zu werden und eine glückliche, vereinte Familie aufzubauen, etwas, das ihr aufgrund der schwierigen Umstände entgangen war. Lyannas Zerbrechlichkeit musste vorübergehend durch eine unerschütterliche Tapferkeit ersetzt werden, um sich der ungewissen Zukunft zu stellen, die vor ihr lag. An jenem Tag wurde Frieda in das Pflegeheim eingeführt, das ihr neues Zuhause sein würde. Sie schien eine gewöhnliche ältere Dame ohne bekannte Verwandte zu sein. Die Mitarbeiter empfingen sie herzlich, ohne etwas anderes als eine ältere Frau auf der Suche nach einem sicheren Zuhause zu vermuten. Im Laufe der Tage wurde Frieda zu einer beliebten Figur im Heim. Allerdings hielt sie ihr früheres Leben geheim. Die anderen Bewohner begannen, sie als weise und liebevolle Freundin zu sehen. An einem Tag, an dem Lyanna, die Taxifahrerin, beschloss, sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen, entschied sie sich, Frieda zu besuchen. Das Bild der älteren Dame hatte sich in ihrem Verstand eingeprägt, und sie fühlte sich einsam und dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, wieder angenehm zu plaudern. Als Lyanna im Pflegeheim ankam, sah sie Frau Frieda strahlend, wie sie lebhaft mit einigen Freundinnen im Garten plauderte. Sie begrüßten sich herzlich, und sofort fühlte sich Lyanna wohl. Die Gastfreundschaft von Frau Frieda war wie Balsam für das verletzte Herz der jungen Frau. Zwischen Lächeln und geteilten Geschichten entwickelten sie eine Freundschaft, die über die Altersunterschiede und die Realitäten, mit denen jede konfrontiert war, hinausging. Im Laufe der Zeit begann Lyanna, ihr Herz für Frieda zu öffnen und ihr von den Herausforderungen zu erzählen, mit denen sie konfrontiert war. Obwohl die ältere Frau wenig über ihr eigenes Leben sprach, hatte sie immer kluge Ratschläge für die junge Frau, was ihre besondere Verbindung festigte. Manchmal sagte Frau Frieda zu Lyanna mit einem schelmischen Lächeln, Lyanna, du solltest Leute in deinem Alter besuchen gehen. Ich bin bereits eine alte Faltenfrau, verschwende deine Zeit nicht mit mir. Lyanna lachte mit, aber ließ immer deutlich erkennen, wie sehr sie die Gesellschaft der älteren Frau schätzte. Als Lyanna alleine in der Stadt lebte, hatte sie oft überlegt, ob sie in ihre Heimatstadt zurückkehren sollte. Doch die Vorstellung, dort ihr ganzes Leben von vorne zu beginnen, machte sie emotional müde. Frau Frieda war irgendwie zu einer tröstlichen Figur geworden, einem Anker inmitten der Unsicherheiten des Stadtlebens. Ihre Beziehung, trotz des Altersunterschieds, war ein sicherer Hafen für Lyanna. Frau Frieda brachte nicht nur Momente der Freude und Weisheit, sondern füllte auch eine Lehre, die die Stadt manchmal in ihrem Leben hinterließ. Auch wenn Frieda darauf bestand, dass Lyanna sich jüngeren Leuten zuwenden sollte, fand Lyanna Authentizität und Trost in der Freundschaft der älteren Frau. Im Laufe der Monate konnte Lyanna nicht mehr Auto fahren. Ihre Beine schwollen nach langen Stunden im Auto an, und sie erkannte, dass es Zeit für eine Veränderung war. Sie entschied sich, an einem neuen Ort zu arbeiten, und tat alles, um bis zur Geburt aktiv zu bleiben. Der Tag kam, und mit der Ankunft eines wunderschönen jungen Überquoll Lyanna vor Glück. Sie erhielt den herzlichen Besuch von Frieda und einigen anderen älteren Frauen, die ihre Freunde geworden waren. Sie brachten kleine Geschenke wie Seifen und Tücher mit dem gestickten Namen des Babys mit, Gästen, die Lyannas Herz zutiefst berührten. Die Anwesenheit und Zuneigung dieser älteren Frauen brachten Lyanna in einem so besonderen Moment ihres Lebens ein Gefühl von Gemeinschaft und Unterstützung. Sie bemerkte, wie wertvoll die Freundschaft geworden war, die sie mit Frau Frieda und den anderen älteren Damen aufgebaut hatte. Mitten in den Freuden der Mutterschaft konnte Lyanna nicht glücklicher sein, diese unglaublichen Frauen an ihrer Seite zu haben. Die Tage vergingen, und an einem Morgen, der wie jeder andere schien, drang das Sonnenlicht in Frau Friedas Zimmer im Altersheim. Doch an diesem Tag war etwas anders. Das Zimmer, das normalerweise mit den leisen Geräuschen des Morgens erfüllt war, war jetzt ruhig und still. Frau Frieda ruhte friedlich, ohne Anzeichen des Erwachens zu zeigen. Der Tag, der mit Bewegung und Aktivität hätte beginnen sollen, war nun von Stille umgeben. Die Nachricht verbreitete sich im Altersheim und hinterließ eine schwere Stimmung in der Luft. Die Freunde und Mitarbeiter, die sich an Frau Friedas herzliche Gegenwart gewöhnt hatten, standen nun der Realität ihrer Abwesenheit gegenüber. Der Tag, an dem Frau Frieda nicht aufwachte, wurde zu einem Wendepunkt, der eine Pause in der Routine des Altersheims markierte. Die weisen Worte und die Freundlichkeit, die sie immer teilte, blieben in der Erinnerung derer, die das Privileg hatten, sie kennenzulernen. An diesem Tag hatte Luana beschlossen, Frau Frieda im Altersheim wie gewohnt mit ihrem Baby zu besuchen. Als sie sich dem vertrauten Eingang näherte, spürte sie eine ungewöhnliche Atmosphäre in der Luft. Mitarbeiter gingen mit ernsten Gesichtern, und das übliche Gewusel im Altersheim hatte einem schweren Schweigen Platz gemacht. Verwundert und besorgt begab sich Luana zur Rezeption, wo eine Krankenschwester mit bedrücktem Ausdruck sie über Frau Friedas Abreise informierte. Die Nachricht traf Luana wie eine plötzliche Welle der Trauer. Sie war nicht darauf vorbereitet, ihre Freundin zu verlieren, die in letzter Zeit ein Eckpfeiler in ihrem Leben geworden war. Ein Gefühl von Leere und Sehnsucht begann sich breitzumachen, während sie versuchte, die Realität des Verlustes der Frau zu verarbeiten, die eine Quelle der Unterstützung und des Trostes in ihrem Leben geworden war. Nachdem sie mit ihrem Baby nach Hause gegangen war, musste Luana die harte Realität bewältigen, ihre geliebte Freundin nicht mehr an ihrer Seite zu haben. Die Beerdigung fand an einem trüben und melancholischen Tag statt, der die Traurigkeit widerspiegelte, die den Verlust von Frau Frieda umgab. Einige Tage vergingen, und Luana erhielt einen Anruf aus dem Pflegeheim. Neugierig ging sie zu dem Treffen, zu dem die Einrichtung eingeladen hatte. Als sie dort ankam, traf sie auf einen Anwalt und einige Freunde, die Frieda während ihres Aufenthalts im Pflegeheim kennengelernt hatte. Der Anwalt ergriff das Wort, ich habe euch hierher gerufen, weil eure Namen als Erben von Frau Frieda genannt wurden. Die Nachricht schockierte die Anwesenden. Als sie begannen, die Papiere zu lesen, zeigten Luana und ihre Freunde völlige Überraschung über die unerwartete Wendung. Zu aller Überraschung war Frau Frieda tatsächlich eine äußerst reiche Frau, und ihr Testament offenbarte ein wirklich außergewöhnliches Erbe. Die Überraschung hörte jedoch nicht auf, das Erbe umfasste keine entfernten Verwandten, sondern die Menschen im Pflegeheim und überraschenderweise auch Luana. Jeder Bewohner des Pflegeheims wurde mit einer bedeutenden Summe bedacht, während Luana zur Treuhänderin eines Fonds ernannt wurde, der darauf abzielt, die Bedingungen vor Ort zu verbessern. Darüber hinaus beschenkte Frieda sie mit einem Haus und einer beträchtlichen Geldsumme. Der Anwalt, der bei der Testamentseröffnung anwesend war, erklärte, dass Frieda diese Menschen ausgewählt hatte, weil sie im Pflegeheim wahre Freundschaft und Mitgefühl gefunden hatte, etwas, das ihr ein Leben lang gefehlt hatte. Diese Offenbarung veränderte nicht nur die Wahrnehmung von Frau Friedas Leben, sondern hinterließ auch ein Erbe der Großzügigkeit und Fürsorge für die Menschen, die auf gewisse Weise die letzten Kapitel ihres Lebens bereichert und bedeutungsvoller gemacht hatten. Bevor sie ins Pflegeheim zog, führte Frieda ein schickes und luxuriöses, aber unglaublich einsames Leben. Eine Frau, die durch harte Arbeit ein großes Vermögen erlangt hatte, trug sie den Schmerz um den Verlust ihres Sohnes in jungen Jahren. Die Einsamkeit wurde zu ihrem ständigen Begleiter, genährt von der Angst, dass die Menschen sich ihr nur aus Eigeninteresse näherten, was sie dazu veranlasste, eine Mauer um sich herum zu errichten. Als sie spürte, dass ihr Lebensende nahte, traf Frieda die Entscheidung, ins Pflegeheim zu ziehen, und hielt ihre Identität geheim. Durch einen Schicksalsschlag traf sie im Pflegeheim wunderbare Menschen, besonders Lyana. Niemand ahnte, welch einsames Leben sie geführt hatte, dank ihrer fröhlichen und liebevollen Art gegenüber allen um sie herum. Beim Abschied hinterließ Frieda einen bewegenden Brief, Danke, meine Freunde. Wenn ihr diesen Brief liest, bin ich bereits gegangen. Wisst, dass ich unendlich glücklich bin, meine letzten Momente hier im Pflegeheim mit euch verbracht zu haben. Lange Zeit habe ich mich verschlossen und das Leben nicht richtig genossen. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich in Frieden, Ruhe und die Liebe und Zuneigung aller spüren konnte. Genießt das kleine Geschenk, das ich für euch hinterlassen habe. Ihre Worte halten in den Herzen derer wieder, die sie kannten, und enthüllten eine neue Dimension der Frau, die es gewählt hatte, ihre letzten Tage inmitten wahrer Freundschaft und Zuneigung zu verbringen. Nachdem sie das Erbe erhalten hatte, nahm das Leben von Lyana und den anderen Senioren einen völlig neuen Weg, der eine tiefe Dankbarkeit für Frieda hervorrief. In einer glücklichen Fügung des Schicksals tauchten Erinnerungen an einen Pfleger aus dem Pflegeheim namens David in Lyanas Gedächtnis auf. David war immer freundlich zu ihr während der Zeit, als sie Besuche machte, als Frau Frieda noch am Leben war. Er zeigte Interesse an der jungen Frau, aber sie durchlebte eine sehr schwierige Phase in ihrem Leben. Trotz seiner Avancen wollte sie nicht darauf eingehen. David wechselte den Job und sie verloren den Kontakt. Aber im Laufe der Zeit heilte Lyana von den Wunden der Vergangenheit, ihr Sohn wuchs heran und sie beschloss, David eine schüchterne Nachricht zu schicken, und erinnerte sich an das bezaubernde Lächeln, das er immer hatte. Seine schnelle Antwort markierte den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Als sie sich trafen, pflegten sie eine gesunde Beziehung, und David übernahm die Rolle des Vaters für Lyanas Sohn. Die Liebe zwischen ihnen blühte auf und führte zu einer Heirat, und Lyana konnte endlich geliebt werden und eine Familie haben, von der sie immer geträumt hatte. Diese Reise voller Freude und kraftvoller Beziehungen begann an dem Tag, an dem Lyana und Frieda ein angenehmes Gespräch führten. Ein scheinbar zufälliges Treffen, das eine Reihe von transformierenden Ereignissen in ihrem Leben auslöste. Diese Geschichte unterstreicht die Unvorhersehbarkeit des Lebens und die Fülle, die entsteht, wenn man sich für neue Verbindungen öffnet. Diese Freundschaft, die aus einem unerwarteten Gespräch in einem Taxi entstand, zeigt, wie kleine Momente das Leben auf außergewöhnliche Weise prägen können. Denn beide waren offen für Freundschaft, überwinden emotionale und soziale Barrieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.